Ich putze im Louvre. Die Kunstwerke sind millionenwert. Nächsten Freitag wird hier ein Collier versteigert. Wir werden es stehlen. Ihr geht als Putzer rein und als Millionäre raus. Noch Fragen? Was machst du, solange wir hier die ganze Arbeit machen? Was, ich? Ich ersteigere das Collier. Ich habe viel gelesen in deinem Alter. Das hat mir dein Großvater geschenkt. Das wird dir gefallen. Arsène Lupin, der Gentleman-Gauner. Ich muss dir was zeigen. Es ist unglaublich. Ich denke, unser Verdächtiger hält sich für Arsène Lupin. Die Methode. Die Eleganz. Der Mut. Das Talent. Und was kommt dann d'Artagnan und die drei kleinen Schweinchen? 25 Jahre dachte ich, mein Vater sei ein Dieb. Ich musste damit leben. Er hat ihm einen Diebstahl untergeschoben. Lassen Sie mich los! Ich räche mich an Pellegrinie. Alles ist ein Spiel. Ein Spiel mit Regeln. Ich mache diese Regeln. Genau das habe ich geplant. Kennst du diesen Zaubertrick? Welchen Zaubertrick? Bitte, jetzt kennst du ihn. Ihr habt mich unterschätzt. Ihr habt mich nicht angesehen. Ihr habt mich gesehen. Aber ihr habt mich nicht angesehen. Ich frage dich nicht, was da letzte Nacht war. Offen gesagt nichts Besonderes. Aber sicher. So ist besser. Vielen Dank. Entfernung? Untertitelung des ZDF für funk, 2017